Eine gute Weg zu trainieren, die Armfunktion im Pitching und der Schwung ist für kurz einen Alignment-Stick zu nehmen, das ist so etwa 4 cm lang. Ich setze das unter den rechten Arm und die Spitze zeigt eben bevor der Ball sollte es sein. Von hier mache ich einen halben Schwung, es bleibt verbunden unter den rechten Arm. Der rechte Arm bleibt in der Position, es kommt nicht weg. Und der linke Arm liegt, wenn wir strechen, das liegt berührt, wenn wir den Alignment-Stick oder den Arm sind parallel beieinander. Wir wollen aber nicht, dass der linke Arm höher ist oder dass der linke Arm nicht berührt. Den Alignment-Stick. Man kann den Rückschwung so machen und dann von hier versuchen den Alignment-Stick spitz zu drehen, zu dem Bau und zum Ziel. So, wir gehen hier. Sehr gute Wege hier zu trainieren. Die Armfunktion für einen Pitch-Schlag oder für kleine Schwung zu helfen mit dem Vollschwung. Die rechte Armfunktion und der Druck auf den Bauch in den Golfschwung. Grundschwung und derELLy Card.